Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner rechten Seite seht ihr wieder den Henry vom YouTube-Kanal Henry Lock. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Henry. Guten Tag. Und mit dem Henry habe ich schon viele Videos hier auf YouTube veröffentlicht, die wir schon regelmäßig länger verfolgen. Die kennen den Henry bereits und sind vielleicht auch schon auf seinem YouTube-Kanal unterwegs. Wir haben in den letzten Jahren schon verschiedene Videos zusammen gemacht. Ernährung, Darmreinigung. Wir waren auch noch zusammen auf Reisen, haben auch einige Videos gemacht. Und unser Hauptthema ist so ein bisschen die schleimfreie Heilkost. Also, Henry, wir haben auch schon zusammen, glaube ich, über 30 Videos gemacht. Da gibt es auch eine Playlist, wer sich dafür interessiert. Die verlinke ich oben in den Infokarten. Wir haben auch schon verschiedene Videos zur schleimfreien Heilkost nach Arnold Ehret gemacht. Und diejenigen, die uns schon länger verfolgen, die Eingeweihten sozusagen, die wissen auch, was sich hinter unserem Titel verbirgt, dürfen wir nie wieder Schleim essen. Also, die Eingeweihten werden wissen, dass es sich dabei um die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret handelt. Und für all diejenigen, die darüber noch nicht so viel wissen, da verlinke ich auch die Playlist über die schleimfreie Heilkost. Also, viele Videos, die ich unter anderem auch mit Henry gemacht habe. Ich glaube, das sind so über 20 Videos. Da könnt ihr euch dann auch mal reinhören, was das überhaupt alles bedeutet, wenn ihr mehr Informationen dazu haben möchtet. Ich möchte noch mal kurz was zu Arnold Ehret sagen. Wer war Arnold Ehret? Also, Arnold Ehret ist 1866 geboren, Henry, ne? 1866. Und er ist dann mit, weiß nicht, war das so 30? Also, um 1900 oder so, oder war es schon vorher? Also, jedenfalls ist er sehr schwer krank geworden. Er hatte eine Nierenkrankheit und hat sich selber durch Ernährungsumstellung und Fasten geheilt. Und damals haben die Mediziner ihn als unheilbar eingestuft. Es gab keine Heilmethoden und er hat sich selber geheilt und hat dieses System der schleimfreien Heilkost entwickelt. Und er geht eben davon aus, dass es Lebensmittel gibt, die in unserem Körper inneren Schleim bilden können. Und das ist eben dann die schleimfreie, die schleimarme Heilkost. Und wir propagieren das so ein bisschen auf unseren Kanälen. Und da kommt natürlich auch immer wieder die Frage, dürfen wir nie wieder schleimheilige oder Lebensmittel oder Lebensmittel, die schleimbildend sind, essen, wenn wir jetzt die schleimfreie Heilkost praktizieren? Und das würde ich gleich erstmal an Henry abgeben. Der würde erstmal starten mit der Erklärung dazu. Und viele, die von der schleimfreien Heilkost hören, die denken, dass man sich dann bloß noch schleimfrei ernähren darf. Also bloß noch schleimfreie Lebensmittel essen darf. Wir haben zwei Listen erstellt, die werden wir hier unter dem Video auch wieder verlinken. Und dem ist aber nicht so. Arnold Ehret war für jeden einzelnen Menschen wichtig, für jeden einzelnen eine angepasste Umstellung zu erstellen. Und das war ihm sehr, sehr wichtig. Und das ist auch wichtig für euch alle da draußen. Das heißt, wenn ihr vorher ein schwerer Fleischesser wart und viel Industriekost gegessen habt, dann könnt ihr nicht von heute auf morgen in die schleimfreie Heilkost gehen und bloß noch schleimfreie Lebensmittel essen. Das funktioniert nicht. Und das ist das, was uns ganz wichtig ist, was wir immer wieder hervorheben wollen, dass man sich eben für diesen Prozess sehr, sehr viele Jahre Zeit lässt und immer eine Balance hat. Das heißt, nicht mit dem Kopf durch die Wand, weil die Mühlen der Natur malen immer langsam. Das heißt, das dauert auch seine 10, 15, 20, 30 Jahre von mir aus. Und deswegen ist es eben wichtig, da eine langsame Umstellung zu machen. Das heißt, von den schweren verschleimenden Lebensmitteln zu weniger verschleimenden Lebensmitteln und dann irgendwann mal in ein paar Jahren zu noch weniger verschleimenden Lebensmitteln, also zu den pflanzlichen Fettquellen dann zum Beispiel. Und dann kann man irgendwann mal, man kann immer zwischendurch immer wieder mal mit Tag Anfang schleimfrei oder am Anfang eben erstmal eine Mahlzeit weniger schleim am Tag, dann mal einen Tag schleimfrei, dann mal irgendwann zwei Tage und so weiter. Und so kann man das dann über die Jahre hinweg immer weiter ausbauen und dann überfordert man sich auch nicht. Weil wir sehen immer wieder da draußen, dass sich die Menschen überfordern. Ja, die springen dann in eine Fruchtdiät rein, die springen dann in eine nur schleimfreie Diät rein und dann irgendwann merken sie, oh nee, das ist mir viel zu krass. Nee, das halte ich nicht durch. Wie macht ihr das? Und ja, ihr müsst mal schauen, bei uns, wir haben diese Balance. Ja, und bei uns, wir konnten auch schon unser Körpergefühl super entwickeln. Und wenn unser Körper zum Beispiel auch sagt, jetzt brauchen wir mal wieder für eine Zeit lang Fett oder ein schleimhaltiges Lebensmittel, dann integrieren wir das für eine Zeit lang. Und wenn dann der Körper wieder sagt, jetzt reicht's, dann lassen wir das wieder. Und von Jahr zu Jahr merken wir, dass das weniger wird. Und das ist eben das Wichtigste, das zu erkennen. Ja, also nicht sofort in so eine schleimfreie Sache reinspringen, sondern sich wirklich mit sich selber beschäftigen und den Weg an sich anpassen. Man kann sich da draußen Inspirationen holen. Wir zeigen ja auch mal, dass man mal länger fastet oder dass man das Silke zum Beispiel auch trockenfasten macht. Ja, da kann man sich Inspirationen holen. Aber schaut bitte auf euch selber und fangt immer langsam an. Fangt wirklich immer langsam an und macht alles Schritt für Schritt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, damit jeder diesen Weg da draußen gesund und munter und mit Freude beschreiten kann. Und was ich auch finde, was wichtig ist, sich auch nicht ... Ihr seht jetzt hier ein Video von uns und denkt, das probiere ich mal, dass er euch wirklich informiert über diese schleimfreie Heilkost und versucht, einen Austausch mit Menschen zu gehen. Also, was Informationen angeht, der Henry hat schon die Listen erwähnt. Da hat er zwei Gastbeiträge auf meinem Blog geschrieben. Die Liste der schleimfreien Lebensmittel und die Liste der schleimbildenden Lebensmittel. Und da hat er sich an Professor Spira orientiert. Das ist ein US-Amerikaner, der sich im englischsprachigen Raum auf die schleimfreie Heilkost spezialisiert hat und dort im englischsprachigen Raum einfach auch Inspirationen gibt und den Menschen bei der Umstellung hilft. Und die Listen sind sehr interessant und auch sehr hilfreich, gerade wenn man sich mit der schleimfreien Heilkost beschäftigt und das auch mal ausprobieren möchte. Und da hat der Henry auch noch mal in diesen Listen geschrieben so einen kleinen Text dazu, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich viele Jahre Zeit zu lassen für eine Umstellung. Also, die Listen findet ihr unten. Dann gibt es auch noch kostenfreie Schriften von Arnold Ehret, gerade auch die schleimfreie Heilkost. Das war auch vor fast 20 Jahren mein erstes Buch von Arnold Ehret. Und da ist das auch noch mal alles beschrieben. Also, das würde ich euch auch empfehlen. Das gibt es als kostenlosen Direkt-Link. Also, es gibt einige kostenlose Schriften mittlerweile von Arnold Ehret, auch die Fastenbriefe. Und dann gibt es noch, Henry, was heißt das? Vom Kranken zum gesunden Menschen auch. Die befinden sich auch, also geht einfach auf den Link. Da gibt es fünf oder sechs Direktlinks. Könnt ihr euch gleich direkt runterladen. Müsst ihr auch nicht irgendeine gute E-Mail-Adresse hinterlassen. Und, wer lieber Bücher mag, es gibt Gesunde Menschen Band 1 und Band 2. Die gehören mit zu meinen Lieblingsbüchern. Da sind alle Texte von Arnold Ehret enthalten. Auch Briefe damals von Arnold Ehret von Menschen, die durch die Schleimverheilkost wieder gesundet sind. Ja, da gibt es zum Beispiel auch so ein Feedback von so einem, wie heißt das so, königlicher oder kaiserlicher, königlicher Kammernsänger, bayerischer Kammernsänger, der seine Stimme dadurch verbessern konnte, dass er seine Ernährung auf, aber ich glaube, auf schleimarm umgestellt hat. Also das ist sehr interessant. Das sind wirklich alle Schriften, auch Artikel, die Ehret in Zeitschriften geschrieben hat. Also wer sich da wirklich mehr damit beschäftigen möchte, da empfehle ich die Bücher. Den Link findet ihr auch unten in der Infobox. Und für all diejenigen von euch, die auch bei Facebook angemeldet sind und gerne Austausch wünschen, wir haben da auch eine Facebook-Gruppe, Schleimverheilkosten, Arnold Ehret. Den Link findet ihr auch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und da haben wir jetzt auch schon 1.300 Mitglieder. Und da kann man Fragen stellen. Da gibt es auch von uns regelmäßig Beiträge. Ihr könnt auch selber interessante Sachen zu dieser Thematik posten oder überhaupt generell was zur gesunden Lebensweise dazugehört. Also es ist uns wirklich wichtig zu sagen, wie wichtig die langsame Umstellung ist. Und Henri und ich, wir haben auch ein bisschen diese Schleimfreie Heilkost modifiziert. Da haben wir schon letztes Jahr ein Video dazu gemacht. Wir finden, dass eben Grün in dieser Umstellungsphase sehr wichtig ist. Ja, für den ganzen Körper, auch für die Zähne. Weil unsere Erfahrung zeigt, wir merken ja auch dann schnell, wie empfindlich die Zähne werden können, wenn man zu viel unreifes Obst isst. Und wir leben nun mal hier in Deutschland zumindest in einer Region, wo wir nicht immer reife Früchte zur Verfügung haben. Und auch die regionalen Früchte bei uns im Sommer sind sehr säurehaltig. Teilweise auch Erdbeeren, wenn die wirklich nicht richtig voll reif sind. Auch die ganzen Johannisbeeren, auch manchmal Stachelbeeren. Also ich liebe Beeren und genieße das auch im Sommer. Aber man muss da schon auf die Qualität achten. Und uns haben auch viele geschrieben, Henri, dir auch, die wirklich nach jahrelanger fast Fruchtdiät oder mit einem hohen Fruchtanteil wirklich gesundheitliche Beschwerden bekommen. Nicht nur mit den Zähnen, sondern auch generell mit den Gelenken oder auch sportlich merken, irgendwo gibt es jetzt hier eine Grenze. Und was ist dann dein Tipp, Henri, immer? Ja, auf jeden Fall erstmal wieder die Balance zu finden. Es ist auch ganz schwer, Menschen, die jahrelang diese Fruchtdiät durchgeführt haben, da erstmal wieder eine Balance reinzubekommen. Weil dadurch, dass die Früchte ja sehr leicht verdaulich sind und man dann zum Beispiel wieder Salate integriert oder auch Wildkräuter, jetzt mal bloß als Beispiel, dann ist das natürlich für die Verdauung etwas schwerer. Und dadurch fühlen sich die Menschen dann erstmal überlastet. Da muss man dann erstmal wieder anfangen, dass man grüne Säfte integriert und dann langsam mit leichten Salaten anfängt und dann kann man die Menschen langsam wieder an die zum Beispiel grünblättrigen Sprossen ranführen und an die leichten Wildkräuter erstmal. Aber bloß damit ihr mal seht, in was für eine Unbalance man sich da bringen kann. Und deswegen sagen wir das eben halt. Lieber Schritt für Schritt gehen, zum Beispiel so wie Silke erstmal machen, erstmal paar Jahre vegetarisch, paar Jahre vegan und dann immer so die Leiter langsam hochgehen. Aber damit man eben nicht zu schnell in dieses Ungleichgewicht reinkommt. Und ja, das finde ich extrem wichtig. Wir haben auch immer wieder in unseren Videos betont, dass wir alle individuell sind. Es gibt zwar schon einen roten Faden, den man so an die Hand geben kann oder an den man sich so langhangeln kann, aber jeder ist ja individuell. Jeder steht auf einer bestimmten Ebene mit der Ernährung, mit der Lebensweise. Gesundheit heißt ja nicht nur Ernährung. Das sind so ganz verschiedene Ebenen, ganz verschiedene Säulen, auf die man achten sollte. Und das muss man einfach auch an das eigene Leben anpassen, an den eigenen Alltag. Was ist gerade umsetzbar? Und da müsst ihr einfach auch schauen, was ihr in eurem Alltag gut umsetzen könnt. Da Henry hat es ja schon am Anfang beschrieben, dass man nur eine Mahlzeit am Tag schleimfrei ist. Für mich war das immer die erste Mahlzeit am Tag. Ich habe ja früher, vor 20, 30, 20, 25 Jahren, habe ich manchmal, weil ich ganz früh los musste zu meiner Ausbildung, habe ich glaube ich schon halb fünf, was zu mir genommen, irgendwas mit Haferflocken, halb fünf. Und heute bin ich bei einer Mahlzeit so gegen 17, 18 Uhr. Und irgendwann, für mich später war dann wirklich ein Fortschritt, gegen elf eine Mahlzeit zu beginnen. Und das ist früchtelastig, also Früchte, einfach mit reifen Früchten zu beginnen. Oder ihr mixt euch einen grünen Smoothie mit Früchten und Grün. Also man kann die schleimfreie erste Mahlzeit am Tag ja vielfältig gestalten. Und ich persönlich bin damit immer sehr gut in den Tag gestartet. Und das wäre zum Beispiel eine Empfehlung. Und ich würde euch raten, die schleimlastigen Lebensmittel dann eher auf den Atem zu verschieben. Wenn ihr eh so in die Ruhe kommt, wenn ihr nicht mehr euch konzentrieren müsst, wenn ihr keinen Sport mehr macht. So ein bisschen, sagen wir mal, das Verdauungskoma. Also wenn ihr wirklich euch da ein bisschen ausruhen könnt, wenn ihr euch ein bisschen entspannen könnt, dann empfehle ich eher die wirklich schleimlastigen Lebensmittel. Und wir hatten in unserer Gruppe letztens auch die Frage, Henry, wenn ich mich recht erinnere, wie ein Kartoffel. Man mochte eine Kartoffel, ob sie jetzt nie wieder Kartoffeln essen kann. Und da habe ich dann auch so einen ähnlichen, ganz kurz gefassten Kommentar gegeben, wie wir das jetzt hier machen, dass es kein Problem ist. Man kann weiter Kartoffeln integrieren. Vielleicht nicht jeden Tag zu jeder Mahlzeit, aber vielleicht ein paar Mal die Woche. Wie Henry auch schon gesagt, man kann ja auch mal eine Woche schleimfrei machen. Das funktioniert vor allem bei uns gut im Sommer, wenn wir die ganzen reifen Früchte haben, die Salate, die Gemüsefrüchte. Und auch Wildpflanzen kann man sich Sprossen ziehen. Und im Sommer, gerade wenn die Sonne scheint, so warm ist, dann haben die meisten ja auch gar nicht so viel Hunger. Man isst ja da gar nicht so viel konzentriert. Und da ist die leichte Kost auch immer viel besser. Und das ist auch eine gute Zeit, einfach mal eine Woche schleimfrei zu machen. Und dann, wie Henry sagt, Stück für Stück einfach umstellen. Entweder erst mal eine schleimfreie Mahlzeit am Tag, dann auf zwei steigern über Jahre. Dann wieder mal eine Phase, die komplett schleimfrei ist. Und so kommt man richtig gut in seinen eigenen Rhythmus. Unabhängig davon, was die Menschen um ihn herum machen. Man muss das wirklich an seinen eigenen Lebensrhythmus, an sein eigenes Körpergefühl anpassen. Und vor allem auch schauen, auf welche Ebene man ist. Wie Henry schon sagt, ob man jetzt ein Fleischesser ist und noch fünf Mahlzeiten am Tag mit viel Industriekost. Oder ob man eben sich schon pflanzenbasiert ernährt und mit einem hohen Rohkostanteil und vielleicht auch schon ein paar Mal gepfastet hat und Darmreinigung gemacht hat. Das ist ja nochmal dann ein ganz anderes Level. Also da bitten wir euch darum, das zu beachten. Und wollt euch auch mit diesem Video und mit den vielen anderen Videos auch inspirieren, einfach mal in die schleimfreie Heilkost hineinzuschnuppern. Und labelt euch nicht selbst. Also findet euch keine Dogmen auf oder irgendwas. Also wir wissen ja selbst, dass da draußen, dass es die Rohkost gibt, dass es dies gibt, dass es jenes gibt. Und wenn man da einmal in der Ernährungsrichtung drin steckt, da merkt man dann zwischendurch auch, oder kann man zwischendurch dann auch merken, dass das einen überfordert. Und was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ihr auf einmal drei Jahre Rohkost gemacht habt und ihr habt dann auf einmal Lust, zum Beispiel wieder eine Kartoffel zu essen. Würdet ihr das dann machen oder bleibt ihr dann bei der Rohkost? Und deswegen ist halt das Geniale an diesem schleimfreien Heilkost-System, dass das alles mit integriert ist. Das heißt, wenn eine Sucht aufkommt oder eine Sucht nach irgendwas, dann funktioniert das bis zu einem gewissen Grad, da wirklich bei der Rohkost zu bleiben. Aber irgendwann merkt man dann, dass das vielleicht einige nicht schaffen. Und dann kann man eben mal wieder zu der Kartoffel zurückgehen. Dann isst man die für eine Weile. Und dann merkt man irgendwann, okay, jetzt möchte man das nicht mehr. Und dann hört man automatisch wieder auf damit. Aber so kann man das eben abarbeiten über die Jahre, ohne dass wirklich da ein Stress entsteht. Und das ist eben auch nochmal ganz wichtig, das zu verstehen. Die Kartoffel war jetzt ein Beispiel. Dieses Video 10 Monate Kochkost. Unser Resümee hatten wir ja letztes Jahr im Mai gemacht. Und seitdem habe ich auch nicht mehr durchgehend gedämpftes oder gebackenes Gemüse gegessen. Also mit Rohkost fühle ich mich schon am besten auch mit Mono-Mahlzeiten, mit einfachen Mahlzeiten, mit einer Mahlzeit am Tag. Und das Beste ist wirklich dann auch manchmal für mich im Sommer, wenn es dann wirklich reife Früchte gibt und reife Gemüsefrüchte, dass einfach diese einfache Kost zu genießen. Das ist auch möglich und auch so im Rahmen der schleimfreien Heilkost, wenn man eben diesen langen Umstellungsweg geht, kommt man wirklich auch mit viel weniger aus. Wir essen jetzt auch nur noch eine Mahlzeit am Tag, trinken ein bis zwei Säfte, vorwiegen grüne Säfte. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und Henry, du bist ja auch Sportler. Du läufst ja auch gewisse Strecken und machst verschiedene Kräftigungsübungen. Für dich funktioniert also diese Ernährungsweise auch sehr gut, obwohl du körperlich mehr Anstrengung hast durch den Sport. Und ich kann das ja bestätigen, eine Mahlzeit am Tag. Du fasst es ja auch regelmäßig und es funktioniert, wenn man diesen langen Weg eingeht und eben auch auf Darmreinigung achtet und Fastenphasen praktiziert. Aber das haben wir ja auch in unseren Videos schon oft erzählt. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, schaut gerne in die Playlist zur schleimfreien Heilkost. Henry, möchtest du noch was sagen, bevor wir das Video? Ich würde noch gerne ein kurzes Beispiel bringen mit Brother Air. Brother Air ist jemand, der die schleimfreie Heilkost jetzt seit fast 40 Jahren praktiziert. Und die ersten zehn Jahre liefen bei ihm wunderbar. Da hat er zwischendurch immer wieder die Kurzzeit... Da hat er zwischendurch immer wieder die Kurzzeitfastenphasen gemacht, ein paar Tage, auch mal später, dann ein paar Jahre später, ein paar Wochen. Dann hat er seine Salate zwischendurch gegessen, seine pflanzlichen Mahlzeiten und auch mal sein gedämpftes, gebackenes Gemüse und alles. Das war in den ersten zehn Jahren mit dabei. Und dann kam auf einmal im zehnten oder elften Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat er auf einmal für vier Jahre lang eine Phase gehabt, wo er fast täglich dann meistens zum Nachmittagabend hin, wo er dann getoastetes Brot gegessen hat, also ganz normales Toastbrot mit Erdnussbutter. Und ab und zu mal noch mit etwas Marmelade noch mit dazu. So, und das hat er dann eben für vier Jahre mit dabei gehabt. Das ist eben seine Sucht, die dann auch noch... Also das heißt Sucht, aber das, was eben noch aufgekommen ist. Und das hat er dann eben in den vier Jahren abgearbeitet. Aber bloß, dass ihr mal seht, wie lange das dauern kann manchmal. Und trotzdem ist er ja den Weg der schleimfreien Heilkost gegangen. Also schleimfrei, deswegen sage ich oft immer schleimfrei, schleimarm. Dass das nicht so wirkt, wir können jetzt bei der schleimfreien Heilkost nur noch schleimfreie Lebensmittel essen. Oder nur noch die Lebensmittel, die keinen Schleim bilden. Nee, so ist das nicht gemeint. Deswegen sage ich immer schleimarm als Ersatz noch dazu. Und die Menschen auch mehr den Eindruck bekommen, dass es halt nicht so ganz beschränkt ist, so ganz restriktiv ist. Und deswegen finde ich auch immer den Begriff, das System der schleimfreien Heilkost, ja. Weil das immer in diesen Richtlinien stattfindet. So, und dann hat er für vier Jahre eben dieses Toast immer mit dabei gehabt. Und dann nach den vier Jahren war das dann eben wieder vorbei, ja. Und gut, er hat es dann auch immer, sagt er auch immer selber, dass er das immer abgearbeitet hat, auch mit seinen täglichen Einläufen, die er auch immer gemacht hat über die letzten, warte mal, der hat 1982, 50 Jahre, fast. Und seit 25 Jahren macht er das jetzt eben im Prinzip mit den Einläufen, ja. Und er sagt halt eben auch, man arbeitet die Süchte dann ab. Und dann durch die Einläufe selber wird das dann halt immer auch wieder rausgebracht, so. Und dann war die Sucht dann halt irgendwann weg danach, so. Und danach lief dann für ihn wieder alles gut. Und er hat auch von dem Jahr 10 bis 20, hat er gesagt, da war überhaupt nichts mit Fasten, ja. Das ging einfach nicht. Und dann ab dem Jahr 20, dann ging es dann volle Kanne los. Und dann hat er dann zum Beispiel, ich bringe mal jetzt noch das eine Beispiel, ab dem Jahr 2002 bis zum heutigen Tage hat er insgesamt für vier Jahre gegessen. Ja, also, ja, ob man das machen möchte, ist erstmal dahingestellt. Aber erstmal interessant, was möglich ist, ja. Und auch die Fastenphasen, aber das können wir in einem anderen Video mal besprechen, sonst wird das hier zu lang. Ich glaube, das ist einfach mal noch ein anderes Video wert, darüber mal zu sprechen. Also ich würde auch gerne oben den Professor Spira verlinken, also den Kanal. Der interviewt auch ab und zu den Professor R. Und der ist ja auch Musiker, also es ist auch faszinierend, dass der so in seiner Musik aufgeht. Also es ist halt möglich, es ist viel mehr möglich, als uns so erzählt wird. Das war's erstmal von uns. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video inspirieren und für die schleimfreie Heilkost interessieren. Und wir haben ja alles verlinkt, die kostenlosen Links und auch die Bücher. Und wie gesagt, der Link zur Facebook-Gruppe steht unten. Wir heißen euch herzlich willkommen, alle, die sich dafür interessieren und Austausch wünschen. Dann seid ihr herzlich mit unserer Gruppe eingeladen. Wir wünschen euch jetzt noch ein wundervolles Wochenende. Genießt den Frühling, genießt die Sonne. Geht draußen in der Natur, weg von diesem Irrsinn, von den Geschäften und den Bussen und Bahnen. In der Natur ist alles in Ordnung. Und da sehen wir auch viele Menschen, die strahlen. Total entspannt alle. Total entspannt und strahlen. Und dieser ganze ist so wie Parallelwelt in der Stadt. Das ist ein anderes Universum als draußen in der Natur mit den Menschen. Das genieße ich persönlich und du sicherlich auch. Genau. Genau. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Video. Unter dieses Video gerne auch kleine Erfahrungsberichte. Wir freuen uns auf alle Fälle über den Austausch. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald. .